Du hast dich auch schon gefragt, was auf der Maximalstufe des Großvaters passiert? Wir haben es am eigenen Leib erfahren, also bleib dran! Da könnte man ein DVD-Meme drus mal. Ja, wie ein DVD an Hawker hängt und dann so. Da war doch immer so ein Blut-Ding, ne? Naja, stimmt, das ist eben... Da startest du oben, oder wie in dem Fall? Ja. Aber dann solltest du nicht aufpassen, wenn du... Wenn du Türen beim Arbe wirst, musst du, glaube ich, wieder verriegeln hinter dir, weil sonst... Achso, ja. Mal schauen, wie das mit der Falle ist. Ah, da ist ein Rechtsklick und dann gibt es noch irgendwas mit der Mittleren. Ah, da kann ich ein Falle platzieren. Oh, na. Oh, irgendwie hat er alle aufgedeckt. Ah ja, der Großvater. 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 Okay, was ist das denn? wenn keine ahnung wir jetzt in den kerl rahe kommen glaubt er ist schon gar nicht so wichtig aber und der schon nur lüge dass keiner hofer kommt also fuck ist verkackt Heiho Ah, da war eben, hat jemand die Tür entriegelt zum Uffekon Das heißt, oben müssten auch schon welche unterwegs sind Ich trau mich da gerade nicht weg, weil der Ausgang rüber ist Oh, echt? Ja, aber weil die Seile so blöd war und Uffekon haben Achso, ja, ok Ich check nicht ganz, wie das funktioniert Ah, du musst eh drucken, wenn du in den weißen Bereich unten hinkommst Achso, ah, ok Und dann, ja Ugh, ah, 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 ah… Oh, oh, oh. Hey, ich kenne mich auf dieser Map nicht aus, ich habe das Gefühl, ich habe einen 3 Quadratmeter, auf der ich mich bewegen kann. Schau, da kannst du voll oft durch Wiesen und so laufen, oder durch so. Aber da brauche ich zum Beispiel den Letterface. Okay. Okay. Vielleicht ist er. Ich habe aber nicht gefunden. Hallöle. Zumindest mal der Grandpa gefunden. Und mit mittlerem Austaschen, kannst du kurz schauen, wo andere Leute so sind. Okay, dann ist das das. Okay, 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 okay. Ups, sorry. Nö. Ah, es wäre zu witzig gewesen, wenn die da hinten stehen. Ah, schau. Mit Level 1 habe ich Minens zum Beispiel. Jetzt haben wir freigeschaltet. Mit Level 2 haben wir jetzt Deens freigeschaltet. Okay. Und Großvater, oder Deens ist ja das Huhn. Ja. Mit Level 3 schalten wir es ohne frei, was sie ausgewählt hat. Ah, okay. Und so kannst du die halt ohne Stärke. Ja. Ich habe gesagt, dass das mit dem, dass es durch wo andere so sind, kann ich auch einfach abbrechen, quasi. Ja. Und dann füllt sich schnell der Widerruf nachher. Ja, genau. Das ist natürlich frei. So. Will ich es gesehen? Schau, das hat sich niemand bewegt. Nee. Aber sind die alle schon Hopper, manch? Ja, ich habe mal vorhin gerade zwei verschiedene, glaube ich, verfolgt. Oha, okay. Klar kommt. Aber wenn du eh weißt, dass der eine Generator ist, kontrolliere manchmal, dass da keiner reinhaut oder so. Ich hoffe, ich finde den auch gern. Ansonsten ist es auch nicht so schlimm, aber... Ist ja wieder nichts. Ich bin da ganz still. Es ist ja wieder irgendwas. Das ist ja wieder That's easy. Ich bin da ganz still. Es ist ja wieder. Ich bin da. Da. Ich bin da. 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 Ach, dahinter war irgendwo jemand. Ich finde die Map fürchtig, nur, dass ich es gesagt habe. Ja? Ja, weil ich mich nicht auskenne da. Mhm. Vielleicht kriege man sogar auf Level 5. Ich finde geil, wie er ihm so liebevoll auf den Kopf schlagt. Ja, er ist jetzt Höchststand. Jetzt können sie nicht mehr mehr sterben, aber schon unten im Keller ist er. Oh, da unter. Unter der eine. Ah, der eine macht gerade der Eingang. Ah, okay, wenn er volle Dinge ist, dann können sie sich Garnum verstecken quasi. Ja. Der ist immer noch im Keller. Ja, ich bin jetzt genug und aber auch. Oh, hallo! Oh, hallo! Sie schnippt mir. Ja. Ich hoffe ich konnte euch damit einen kleinen Einblick gewähren und in diesem Falle bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.